Man kann ohne jeglichen Zweifel sagen, dass der Airbus A380 nicht annähernd die Bedeutung und Wichtigkeit bei internationalen Fluggesellschaften erreichen konnte, wie die Boeing 747, die davon jahrzehntelang profitierte. Was daran jetzt aber besonders unangenehm ist, während die Boeing 747 als mittlerweile, oft ja sehr alter Passagierjet, langsam aber sicher aus den Flotten der Airlines schwappt, kann man den an sich ja doch noch recht modernen Airbus A380 jetzt scheinbar gar nicht schnell genug loswerden. Dazu gibt es jetzt ein paar Infos, vor allem im Hinblick auf den A380 Bayer France und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Franzosen haben etwa Mitte des Jahres, also vor ein paar Monaten bekannt gegeben, dass sie im Jahr 2022 den Airbus A380 komplett aus ihrer Flotte streichen möchten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Fluggesellschaft mit zehn Exemplaren des größten Passagierflugzeuges der Welt unterwegs. Unter anderem diese Aktion soll maßgeblich dazu beitragen, dass man innerhalb der Air France KLM-Gruppe, die ja immerhin zu den großen Playern in der europäischen Luftfahrt gehört, dass man da bald mit einer nahezu einheitlichen Flotte unterwegs ist. Und das ist bis dahin auch erst einmal vollkommen einleuchtend. Kurz zuvor hatte man aber bereits bekannt gegeben, dass man die ersten drei geleasten Airbus A380 möglichst schnell loswerden möchte. Und die Art und Weise, wie man diese Flugzeuge loswerden möchte, das ist nicht ganz uninteressant. Aber dafür gehen wir nochmal zurück auf Anfang. Der erste, für Air France bestimmte A380 startete im Februar 2009 zu seinem Erstflug und wurde im Oktober desselben Jahres an die Fluggesellschaft übergeben. Damit war Air France der erste A380-Betreiber in Europa. Aber Air France machte in diesem Geschäftsjahr dummerweise etwas mehr als 800 Millionen Euro miese. Das ist schon ganz ordentlich und die da seit mittlerweile sechs Jahren bestehende Partnerschaft bzw. engen Zusammenarbeit mit der niederländischen Fluggesellschaft KLM machte die dahinterstehende Airline-Gruppe zwar riesig, aber nicht profitabel und schon gar nicht langfristig zukunftstauglich, sodass sich bereits zu diesem Zeitpunkt ein nötiger Strategiewechsel bzw. überhaupt mal die Suche nach einer einheitlichen gemeinsamen Strategie als notwendig ankündigte. Wenn man so möchte, hatte der A380 also in dieser Airline-Gruppe einen etwas unrühmlichen Start und passte wahrscheinlich am Ende des Tages doch nochmal weniger zu Air France als zu allen anderen möglichen Mitbewerbern, die sich jetzt mit einem solchen Airbus ausstatten ließen. Aber es ist eben das größte Passagierflugzeug der Welt und das ist ja auch was wert. Das ist eine Sache, mit der hat Air France vor mittlerweile knapp zehn Jahren geworben und sie tun das auch heute noch. Als erster europäischer Betreiber des Flugzeuges hat man da ja prinzipiell auch erstmal gar keinen schlechten Startpunkt. Gut, jetzt schaut man auf die Internetseite der Fluggesellschaft und das, was man da zu lesen bekommt über den A380, das ist jetzt mittlerweile schon fast ein bisschen lächerlich. Das fängt zwar noch alles ganz informativ und sachlich an, spätestens bei dem Punkt Innovation wird man dann allerdings ein bisschen stutzig. Aber das ist mittlerweile leider ein allgemeines Problem des A380. Der Erstkunde Singapore Airlines konnte damals vor mittlerweile tatsächlich etwas mehr als zehn Jahren die Flüge mit dem A380 noch wirklich als etwas Besonderes verkaufen. Es ist das größte Passagierflugzeug der Welt und damit, mit dieser Information, konnte man die Flüge sogar teurer verkaufen als mit anderem Fluggerät. Heute beschränkt sich diese Besonderheit leider darauf, dass es sich hierbei um das Größte und auch nicht zu unterschätzen um eines der leisesten Passagierflugzeuge der Welt handelt. Aber von neuer, moderner, innovativer Ausstattung kann man hier eigentlich nicht wirklich sprechen. Diese fehlt meist, nicht immer, aber meist bei den Fluggesellschaften, da die Verweildauer des Airbus A380 bei den ganzen großen Airlines mittlerweile ziemlich begrenzt ist und damit auch die Investitionsbereitschaft sehr überschaubar ist. Also mit anderen Worten, die Fluggesellschaften fliegen im A380 meist ein älteres Kabinenprodukt durch die Gegend als in ihren anderen Flugzeugen. Nehmen wir ganz einfach mal ein gutes Beispiel vor der Haustür und das ist Lufthansa, die größte deutsche Fluggesellschaft. Die ist zum aktuellen Zeitpunkt ausgestattet mit 14 Airbus A380, wobei man bereits jetzt einen Deal mit Airbus abgeschlossen hat, darüber, dass der Flugzeughersteller bis 2022 bzw. bis 2023 sechs dieser 14 Airbus A380 zurückkaufen wird, so dass diese Maschinen die Lufthansa-Flotte dann mit überschaubarem Aufwand verlassen können. Dafür hat Lufthansa weitere Airbus A350 und für Lufthansa eine Premiere auch Boeing 787, den Dreamliner, bestellt. Ist ja aber auch gar nicht so wichtig. Lufthansa hat den ersten A380 im Jahr 2010 übernommen, im Jahr 2010 eingeflottet. Das ist mittlerweile schon fast wieder zehn Jahre her und das ist damit natürlich ein Zeitraum, in dem eine ganze Menge passiert und in dem man durchaus mal eine Kabine frisch machen könnte. Was viele eventuell gar nicht mehr wissen, die Lufthansa Airbus A380 wurden zu Beginn mit einer anderen Business Class ausgeliefert als die, die man da heute findet. Die war damals noch blau, hatte keine flache Liegefläche, viele nennen das Rutsche und da hat man also was getan. Es gab ein sogenanntes Cabin Refurbishment. Die neue Business Class kam dann rein. Dass die im heutigen Vergleich schon wieder längst überholt wurde, dass das alles nicht mehr so zeitgemäß ist, dass es da mittlerweile Besseres gibt, da müssen wir gar nicht drüber reden. Für manche scheint das ja tatsächlich mittlerweile für eine Five Star Airline ein Totalausfall zu sein, das kann ich aber tatsächlich gar nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass es doch irgendwie schade ist, wenn man das von außen beobachtet, dass die Einführung einer neuen Business Class scheinbar an der Einführung eines neuen Flugzeugtypen hängt und dieser verspätet sich dummerweise. Aber gut, anderes Thema. Immerhin gab es da mal ein Update in der A380 Kabine. So, dann gibt es noch eine First Class. Da hat sich in den letzten zehn Jahren zwar auch nichts geändert, allerdings muss man auch dazu sagen, dass die First Class damals mit dem A380 neu kam. Ist noch immer das aktuelle Produkt der Lufthansa und es ist natürlich eine etwas spezielle Klasse, die auf kurz oder lang in den normalen Passagierflugzeugen in Anführungszeichen wahrscheinlich auch sterben wird und jetzt zum Beispiel im A350 oder auch in einer kommenden 787 gar nicht mehr vorhanden ist. Das passt schon. Dann kam auch noch eine Premium Economy Class dazu. Die wurde, ich weiß gerade gar nicht genau, 2011, 2012 in die Langstreckenflieger der Lufthansa eingebaut und das ist durchaus noch ein zeitgemäßes Produkt, ein modernes Produkt. Damit kann man etwas anfangen. Im A380 findet man davon etwas mehr als 50 Sitzplätze. Tja, und dann die Economy Class. Und da hat sich tatsächlich im Lufthansa A380 seit diesen fast zehn Jahren ziemlich genau gar nichts getan. Das sind noch immer die gleichen Sitze. Das ist das gleiche Produkt, was dort angeboten wird. Da hat sich nichts verändert. Und das kann man jetzt okay finden oder nicht. Zeitgemäß ist das, was man da verbaut hat, dann aber eben nicht mehr. Und da wird sich in naher Zukunft wohl auch nichts mehr ändern. Und mit diesem Einblick bei einem, ja, durchaus Konkurrenten gehen wir jetzt wieder zurück zu den Franzosen. Bei Air France mit dem A380 sieht das Ganze nämlich noch etwas anders aus. Die fliegen das Ding etwa ein Jahr länger als Lufthansa. Und da hat sich in der Kabine tatsächlich genau gar nichts getan. Also da ist nichts passiert. Da sind überall noch die gleichen Sachen drin wie damals. Obwohl ist auch nicht ganz richtig. Im Jahr 2011 kam noch eine Premium Economy Class dazu. Da hat man einfach einige Sitze aus der Economy Class rausgenommen, Premium Economy Sitze eingebaut. Aber ansonsten ist das, was da drin ist, alles alt. Und das sieht man auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Airbus A380, ein durchaus modernes Flugzeug, das von Air France heute noch immer als innovativ beworben wird. Der ist bei vielen Fluggesellschaften, nicht bei allen, aber bei vielen, mittlerweile ziemlich runtergerockt. Das ist aber auch vollkommen normal für ein Passagierflugzeug. Viele von euch haben vielleicht noch die Boeing 747-400-Kabine der Lufthansa vor Augen, wie die vor ein paar Jahren noch aussah. Aber irgendwann ist nun mal Zeit für ein Cabin Refurbishment und dann sieht das, was man da bekommt, auch wieder richtig vernünftig aus. Und zwar in allen Klassen. Das ist bei vielen Fluggesellschaften vollkommen normal. Die Fliegenflugzeuge sind 30 Jahre alt, die sehen aber von innen total frisch aus. Ganz einfach, weil man da die Kabine wieder auf einen aktuellen Stand gebracht hat. Und das wird es bei vielen A380, bei vielen Fluggesellschaften eben leider nicht mehr geben. Es wird dort kein Cabin Refurbishment mehr durchgeführt. Ganz einfach, weil man weiß, dass diese Flugzeuge die Flotte bald verlassen werden. Man wartet halt einfach ab, bis die Dinger raus können. So ein Cabin Refurbishment ist nämlich verdammt teuer. Air France gibt die Kosten dafür mit etwa 35 Millionen Euro an. Für ein komplettes Cabin Refurbishment des A380 und das ist selbstverständlich ohne Ende viel Geld. Und dadurch kommt es eben dazu, dass der A380 in bestimmten Klassen bei bestimmten Fluggesellschaften sehr runtergerockt aussieht, sich auch runtergerockt anfühlt, wenn man in diesen Sitzen drin sitzt. Bei Air France aber eben ganz besonders. Und zwar das komplette Flugzeug. Innovativ ist daran gar nichts und von dem Entertainment System müssen wir eigentlich gar nicht erst anfangen. Dabei ist vollkommen klar, der Sitz ist ja nicht alles. Also das Flugerlebnis an sich wird nicht nur durch die Modernität eines Sitzes bestimmt. Da kommt vor allem Service dazu, Wohlbefinden an Bord, subjektive Eindrücke. Und das kann Air France ja eventuell auch alles ganz toll. Ändert aber nichts daran, dass das mittlerweile bei dieser Fluggesellschaft ein echt angestaubtes Flugzeug ist. Und jetzt eben weiter im Text. Diese 10 A380 sollen die Flotte der Air France also bis 2022 verlassen. Und irgendwann muss man damit ja anfangen. Und das ist nicht zuletzt auch dadurch ermöglicht, dass Air France die Hälfte der A380-Flotte geleast hat. Das ist eben genau jetzt der Fall. Die Maschine mit der Registrierung Juliet Bravo, der zweite Airbus A380, der damals an Air France ausgeliefert wurde, der flog jetzt am Samstag von Paris aus nach Malta. Und hat damit tatsächlich die aktive Flotte der Air France verlassen. Das Flugzeug wird hier jetzt umlackiert, bekommt eine komplett weiße Lackierung, alle Air France Logos und so, das kommt alles runter. Und dann wird der A380 höchstwahrscheinlich wieder an seinen eigentlichen Besitzer zurückgegeben. Und das ist das deutsche Investmenthaus Dr. Peters Group. Denen gehören auch die ersten für Singapour Airlines damals bestimmten A380. Was dann folgt, ist höchstwahrscheinlich die Zerlegung in Einzelteile. Das steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest, kann aber durchaus vorkommen. Denn der erste überhaupt als Passagiermaschine ausgelieferter Airbus A380, damals ein für Singapour Airlines bestimmter Flieger, der ist mittlerweile in Frankreich fertig zerlegt. Das heißt, man hat knapp 90% der Masse des Flugzeuges, der Masse des A380, in Form von Einzelteilen für den Wiederverkauf zurückgewonnen. Gut möglich, dass das jetzt so auch mit dem Air France A380 passiert, dass der genauso ausgeschlachtet wird, vorausgesetzt, es findet sich kein neuer Käufer für das Flugzeug. Damit nimmt das, was wir vor zweieinhalb, drei Jahren, als das das erste Mal veröffentlicht wurde, dass ein A380 bald in Einzelteile zerlegt werden könnte, das nimmt damit jetzt mittlerweile mal richtig Fahrt auf, scheint Standardrealität für A380 in einem Alter von 12, 13 Jahren zu werden. Man zerlegt die Dinger in Einzelteile und dann verkauft man das. Die Dr. Peters Group rechnet damit, dass man damit etwa 45 Millionen Euro einnehmen könnte, plus Triebwerke. Die kommen auch noch dazu, die können entweder vermietet werden an entsprechende A380 Kunden oder aber die Dinger werden irgendwann ganz einfach verkauft. Das, was da gerade passiert, das, was man da beobachten kann, das ist in vielerlei Hinsicht extrem beeindruckend. Aber anscheinend tatsächlich aus wirtschaftlicher Sicht zum aktuellen Zeitpunkt das klügste, was man mit einem gebrauchten A380 machen kann. Und das ist schade für das Flugzeug. Aber gut, wir werden sehen. Speziell bei Air France kann man sich dann in den nächsten Jahren hauptsächlich am A350 und an der Boeing 787 erfreuen. Die sind ähnlich sparsam wie der A380, vielleicht sogar etwas sparsamer, aber vor allem deutlich flexibler und für die Passagiere auch moderner ausgestattet. Tja, mit dem A380 war das dann also bei einigen Fluggesellschaften echt ein kurzes Vergnügen. Und damit soll es das für heute mit dem Video schon wieder gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Beim A380 bin ich immer sehr gespannt auf eure Kommentare, da seid ihr immer richtig gut mit dabei. Und dann geht heute noch ein richtig großes Dankeschön raus an die neuen Kanalmitglieder Superdomi1311, an Leo, an Dirk, an Dudus und an Sven und an Omsifreak92. Der war auch noch mit dabei. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.